Schweizer Volkssagen Ein Berner namens Otto Grunder Ein Berner namens Otto Grunder packte irgendwann der Gwunder, wie sich sein neues Auto fahre. Also fuhr er damit an die Aare. Der Fahrer hinter ihm, es war allerhand, hielt sich nicht an den Mindestabstand. Grunder sah ein Reh auf der Straße stehen, da musste er schnell auf die Klätze gehen. Man hörte es quietschen und es gab einen Knall, schon hatten die beiden einen Auffahrunfall. Seither litt Grunder an chronischen Schmerzen, sein Arzt verstand es nicht, diese auszumerzen. Arbeiten konnte der Otto nicht mehr. Grunder sah ein, eine Rente muss her. Die Antwort der IV kam schon bald. Sie lautete sehr knapp und kalt, betrifft den Rentenantrag von Grunder Otto. Keine IV für Schleudertrauma ist unser Motto. Doch eins wird beim Grunder sicher hängenbleiben. Wird nie mehr glauben, was die vom Blick so schreiben. Schlimmels. Wird nie mehr glauben, was die von dir geier. Was ist das? Also, wie wäre die draw 2009? Briem das shoppaft.